Diese beiden Soldaten wurden als Blauhelme auf UN-Friedensmissionen geschickt. Obwohl sie in ihrer Heimat in einer Einheit gedient hatten, die foltert und mordet. Das ist wirklich schlimm. Nach einem Hinweis haben wir zu Soldaten recherchiert, die im Auftrag der UN weltweit Opfer von Krieg und Vertreibung schützen sollen. Unsere Ergebnisse beunruhigend. Wir bekommen einige sehr nutzlose Truppen und auch einige sehr brutale. Mit dieser Investigation können wir zeigen, dass Sri Lanka und Bangladesch Soldaten auf UN-Missionen geschickt haben, die zuvor in schwerste Menschenrechtsverstöße verwickelt waren. Ich war Zeuge von mehreren illegalen Exekutionen und kaltblütigen Morden. Und dass die UN offenbar wegschauten. Das ist Straflosigkeit in großem Stil und niemand hat etwas dagegen getan. Aber wie konnte das passieren? Wir sind in Bangladesch, einem der größten Truppensteller für UN-Friedensmissionen. Nicht weit vor der Hauptstadt Dhaka entfernt liegt Bangladeschs Trainingszentrum für UN-Soldaten, Bipsot. Nach aufwendigen Sicherheitschecks dürfen wir auf dem Gelände drehen, auf dem Soldaten aus Bangladesch für ihren nächsten Einsatz als Blauhelmsoldaten trainieren. Diese Gruppe, erzählt man uns, wird bald in den Südsudan geschickt. Eine von zehn Missionen, auf denen die fast 6000 Blauhelmsoldaten aus Bangladesch derzeit im Einsatz sind. Ihre Aufgabe ist es, die Zivilisten dort zu schützen. Und für Sicherheit zu sorgen, damit humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Bei unserem Besuch wird nichts dem Zufall überlassen. Die Fragen mussten wir vorher schriftlich einreichen. Mit keinem der Soldaten dürfen wir direkt sprechen. Nur die Generäle beantworten unsere Fragen. Bangladesch hat mehr als genug Soldaten, die auf Missionen gehen wollen. Das ist eine Sache des Stolzes für uns. Und wir haben wirklich viele Freiwillige, die ihren Beitrag leisten wollen. Eine Sache des Stolzes, aber auch eine, die sich lohnt. Die Soldaten bekommen für Blauhelmeinsätze einen höheren Sold. Und auch das Land wird für Soldaten und Ausrüstung von den UN bezahlt. Nach Regierungsangaben hat Bangladesch in den vergangenen 23 Jahren mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar von den UN erhalten. Als eine Nation von Blauhelmen versichere ich Ihnen, dass wir immer eine wichtige Rolle in den UN-Missionen spielen werden. Aber so sehr die Generäle auch versuchen, uns ein positives Bild zu vermitteln. Viele unserer Fragen, vor allem die nach möglichen Menschenrechtsverletzungen, bleiben unbeantwortet. Schon seit Jahren kritisieren internationale Organisationen massive Menschenrechtsverletzungen durch Bangladeschs Sicherheitskräfte. Jene Gruppe also, aus denen die Blauhelme rekrutiert werden. Besonders in der Kritik das Rapid Action Battalion, RAP. Eine Eliteeinheit aus Polizei und Militär, gegründet, um Terroristen und Kriminelle zu bekämpfen. Im vergangenen Jahr konnten wir mithilfe von Whistleblowern aufdecken, was Bangladesch weiter von sich weist. Das RAP mordet, foltert und entführt. Und zwar mit dem Wissen von hochrangigen Regierungsmitgliedern. Später würden RAP-Soldaten auf die gut bezahlten UN-Posten entsandt, erzählt uns ein ehemaliger Kommandeur. Er selbst war an Tötungen beteiligt und wurde danach UN-Blauhelm. Soweit ich weiß, werden alle, die bei RAP waren, auf UN-Missionen geschickt. Über Monate versuchen wir, diese Behauptung zu verifizieren. Wir sprechen mit hochrangigen Militärs in Bangladesch und UN-Insidern und kommen in Kontakt mit einem weiteren ehemaligen RAP-Soldaten. Ich bin als Blauhelm-Soldat im Einsatz. Hier ist mein UN-Ausweis. Wir haben das Video, das er für uns auf einer UN-Mission in Afrika aufgenommen hat, illustriert. Wir kennen seine Identität, doch aus Sicherheitsgründen muss der Mann anonym bleiben. Während meiner Zeit beim Rapid Action Battalion war ich Zeuge mehrerer illegaler Exekutionen, darunter die kaltblütige Ermordung junger Männer. Ich war auch mehrfach Zeuge politisch motivierter Entführungen. In dem Video schildert er im Detail die Erschießungen, an denen er beteiligt war. Als die Kugel seinen Kopf zerschmettert hat, sind Blut und Gehirnmasse auf meine Uniform gespritzt. Soldaten, die möglicherweise für diese Art von Verbrechen verantwortlich sind, sollten nicht an UN-Friedensmissionen teilnehmen. Die Idee der Friedensmissionen wurde vor mehr als 70 Jahren geboren. Nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs wollte die Weltgemeinschaft eine Truppe, die weltweit den Frieden sichern kann. Unter der Führung der internationalen Gemeinschaft. Lasst uns versuchen, gemeinsam eine gerechtere und dauerhaft friedliche Welt zu schaffen. Bis heute haben über zwei Millionen Soldaten unter der blauen UN-Fahne gedient, in mehr als 70 Missionen. Oft waren sie die letzte Hoffnung für Zivilisten in Kriegen und auf der Flucht. Sie beschützen Hunderttausende Zivilisten, unterstützen politische Konfliktlösungen und helfen, Waffenstillstände einzuhalten. Aber über die Jahre wuchs auch die Kritik an den Missionen bis hin zu gewalttätigen Protesten. Es gab etliche Korruptionsskandale und sexuellen Missbrauch durch UN-Soldaten, von denen sich die UN dann immer deutlich distanzierten. Missionen können nur erfolgreich sein, wenn das Verhalten unserer Blauhelme höchsten Standards entspricht. Aber was passiert, wenn Soldaten aus Einheiten wie dem Rapid Action Battalion in den Einsatz geschickt werden? Wir sind in Kopenhagen, um einen Mann zu treffen, der schon früh vor Menschenrechtsverbrechen in Bangladesch gewarnt hat. Ich heiße Jens Modwig. Ich war Mitglied des UN-Ausschusses gegen Folter und Sonderberichterstatter für Bangladesch. Modwig und die anderen Experten des Komitees haben 2019 im Auftrag der UN die Menschenrechtslage in Bangladesch untersucht. Ihr Bericht äußerte, tiefe Besorgnis, dass Rap-Mitgliedern glaubhaft Folter, willkürliche Verhaftungen, geheime Inhaftierungen, Verschleppungen und außergerichtliche Tötungen vorgeworfen wurden. Wir haben empfohlen, dass Mitglieder von Rap, auch ehemalige, ausgeschlossen werden von UN-Missionen. Das heißt, seit 2019 gab es diese klare Empfehlung, Rap auszuschließen. Und was passierte, nachdem der Bericht veröffentlicht wurde? Unseren Recherchen nach nichts. Wir suchen in den sozialen Medien, analysieren Datensätze und hunderte von Fotos und stoßen auf immer mehr Hinweise. Mithilfe von geheimen Personalbögen und UN-Entsendelisten können wir über 100 Männer identifizieren, die erst bei Rap und dann als Blauhelmsoldaten gedient haben. Mehr als 40 von ihnen nach der Veröffentlichung des UN-Berichts. Drei von ihnen haben uns besonders interessiert. Naim A., Massoud R. und Hassan T. Aus rechtlichen Gründen können wir ihre Gesichter nicht zeigen. Bevor sie auf UN-Missionen gingen, waren sie in der berüchtigten Geheimdienstabteilung von Rap. Zwei sogar als stellvertretende Direktoren. Nach Angaben unserer Whistleblower unterstützt diese Abteilung Rap bei den Tötungen und hat geheime Folterzellen, oft gut versteckt, in den einzelnen Stützpunkten. Die Whistleblower beschreiben im Detail, wie dort gefoltert wird. Ich habe eine Vorrichtung gesehen, mit der Menschen an einem Haken hochgezogen werden. In anderen Zellen gibt es Vorrichtungen für Waterboarding. Rap nennt das Wassertherapie. Damit bringt man Menschen zum Sprechen. Wie aber können die Männer, die zu einer Folter-Einheit gehörten, Blauhelmsoldaten werden? Um das zu beantworten, haben wir uns das Auswahlverfahren genauer angeschaut. Generell liegt es in der Verantwortung der Truppenstellenden Länder, einen Großteil des Personals auszusuchen und auf Tauglichkeit zu überprüfen. Allerdings haben die UN im Jahr 2012 nach zahlreichen Missbrauchsfällen eine neue Richtlinie eingeführt. Die entsendenden Länder müssen jetzt unterschreiben, dass die nominierten Soldaten keine Straftaten begangen haben oder gegen internationales Menschenrecht oder humanitäres Völkerrecht verstoßen haben. Für all diese Männer, die höchstwahrscheinlich an gravierenden Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren, muss Bangladesch also dieses Formular unterschrieben haben. Im Moment lassen die UN eine brutale Regierung entscheiden, welche Soldaten Gewalttaten begangen haben. Da wir aber wissen, dass Bangladeschtäter nicht zur Rechenschaft zieht und kein Interesse hat, sie zu bestrafen, funktioniert das UN-System einfach nicht. Wir haben die UN mit den Vorwürfen konfrontiert. Mehrfache Anfragen nach einem Interview vor der Kamera wurden abgelehnt. In einer schriftlichen Stellungnahme der Abteilung für Friedenseinsätze heißt es, Wir haben nicht die Ressourcen, die Informationen zu jeder einzelnen Person zu überprüfen. Die überwiegende Mehrheit der Truppen erbringt gute Leistungen, obwohl viele von ihnen mit begrenzten Mitteln in einem schwierigen Umfeld arbeiten. Wenn Bangladesch also allem Anschein nach die Richtlinie umgehen konnte, liegt der Verdacht nahe, dass es weitere Länder gibt. In London treffen wir uns mit einer Frau, die seit Jahren Menschenrechtsverbrechen aufdeckt. Ich bin Frances Harrison und leite das International Truth and Justice Project. Wir sammeln Beweise für Verbrechen während und nach dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Auf ihrem Laptop zeigt sie uns Bilder und Zeugenaussagen. Sie alle dokumentieren die Gräuel während des 26-jährigen Bürgerkriegs in Sri Lanka. Besonders die letzten Monate des Krieges waren äußerst brutal. Beide Seiten, die Armee Sri Lankas und die Rebellenorganisation Tamil Tigers, begingen grausame Menschenrechtsverbrechen, für die bis heute kaum jemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Harrison zeigt uns dieses Foto. Der Mann, der auf die Leichen zeigt, heißt Shavendra Silva. Damals Kommandeur einer Einheit, die nach UN-Angaben Kriegsverbrechen begangen hat. Und doch hat Sri Lanka Shavendra Silva nur zehn Jahre später zum Armeeschef ernannt. Als solcher war er verantwortlich für die Entsendung von hunderten Blauhelmsoldaten. Nach internationalen Protesten erklärten die UN, keine Soldaten mehr aus Sri Lanka auf UN-Missionen zu schicken. Außer Zitat Sollte eine Aussetzung ein ernsthaftes operatives Risiko für die UN-Operationen bedeuten. Die UN ließen sich also eine Hintertür offen. Und in der Tat hat sich die Truppenzahl kaum verändert. 2019 entsandte Sri Lanka 687 Blauhelmsoldaten. Im Folgejahr nach Silvas Endenung waren es immer noch 665. Es hatte also keinerlei Auswirkung. Das zeigt, dass Menschenrechte in den Friedenseinsätzen einfach keine Priorität haben. Sie versprechen etwas zu tun und dann erfüllen sie dieses Versprechen einfach nicht. Harrison erzählt uns, wie sie die UN wiederholt auf Blauhelmsoldaten aufmerksam gemacht hat, die höchstwahrscheinlich an den Gräueltaten beteiligt gewesen seien. 2019 warnte sie die UN vor diesem hochrangigen Offizier, Oberst Srinadji. Angesichts seines Regiments und der Informationen, die wir sammeln konnten, bestand ein erhebliches Risiko, dass er in den Konflikt involviert war, als es zu groben Menschenrechtsverletzungen kam. Doch die UN nahmen ihre Hinweise offenbar nicht ernst. Nur Tage nach ihrer Warnung wurde Oberst Srinadji als Kommandeur einer Kompanie auf UN-Mission nach Mali geschickt. Und wer hat ihn verabschiedet? General Shavendra Silva, der mutmaßliche Kriegsverbrecher. Es ist unvorstellbar, was es für die Opfer des Bürgerkriegs bedeutet, das zu sehen. Das ist Straflosigkeit in großem Stil und niemand hat etwas dagegen getan. Die UN-Abteilung für Friedenseinsätze schreibt, man habe die Vorwürfe ernst genommen, aber keine belastenden Informationen gefunden, dass Oberst Srinadji an Menschenrechtsverbrechen beteiligt war. Wenn ich noch bei den UN wäre, dann könnte ich das nicht so unverblümt sagen. Wir bekommen einige sehr nutzlose Truppen und auch einige sehr brutale. Im Laufe unserer Recherchen hatten wir Kontakt zu vielen UN-Insidern. Aber dieser ehemalige Mitarbeiter ist der einzige, der offen vor der Kamera spricht. Ich heiße Andrew Gürmer, ich war stellvertretender UN-Generalsekretär für Menschenrechtsverbrechen. von 2016 bis 2019. In dieser Zeit hat Gilmour selbst erlebt, was passieren kann, wenn die UN von Ländern fordern, Soldaten wegen Menschenrechtsverbrechen auszuschließen. Wir haben das in Ländern versucht und die haben wirklich hart reagiert. Ein Land, das sehr wichtig war, hat wortwörtlich gesagt, okay, dann ziehen wir alle Truppen ab. Und der damalige UN-Generalsekretär musste ins Land reisen und sich quasi beim Staatsoberhaupt entschuldigen, sonst wären vier UN-Missionen zusammengebrochen. Welches Land es war, sagt er uns nicht, aber, dass die UN tun, was sie können. Doch seine Aussagen zeigen, bei UN-Friedensmissionen sind die UN offenbar erpressbar. Die UN können nicht sagen, okay, diese Soldaten nehmen wir, weil das Land Menschenrechte respektiert. Und euch, sorry, nehmen wir nicht. Diese Möglichkeit haben die UN einfach nicht. Der Grund? Angesichts gefährlicher und oft tödlicher Missionen haben sich viele Staaten aus den Einsätzen zurückgezogen. Stattdessen zahlen sie und überlassen es Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Ägypten oder China, den Großteil der UN-Truppen zu stellen. Ländern also, deren Sicherheitskräfte seit Jahren in der Kritik stehen. Es gibt Situationen, in denen ohne UN-Truppen tausende Menschen getötet werden können. Und man muss dann abwägen, ob es nicht vielleicht besser ist, zwei oder drei faule Äpfel zu schicken, als dass tausende Menschen getötet werden. Das ist eine schockierende Aussage, zwei oder drei faule Äpfel, wenn man bedenkt, was diese faulen Äpfel aus Sri Lanka getan haben. Es ist klar, dass man einem Frieden, den solche Kräfte schaffen, nur schwer trauen kann. In Bangladesch wird die Kritik selbstbewusst zurückgewiesen. Ebenso wie die Forderung, das Rapid Action Battalion von Friedensmissionen auszuschließen. In einem regierungsnahen Sender hatte der Staatsminister im Außenministerium eine klare Botschaft an die Kritiker. Ob sie nun Kongressabgeordnete, Senatoren, Präsidenten, Premierminister sind, sie sind unsere Feinde. Ob Bangladesch tatsächlich seine Truppen aus den lukrativen Friedensmissionen zurückziehen würde, wenn die UN Druck machen würden, ist völlig offen. Die Generäle weichen unseren kritischen Fragen mit vorformulierten Antworten aus. Und sprechen lieber über Bangladeschs Pläne, die Einsätze sogar auszuweiten. Es freut mich aufrichtig, Ihnen mitzuteilen, dass das UN-Hauptquartier uns gebeten hat, Koordinator für ein südasiatisches Netzwerk von Friedensmissionen zu werden. Das zeigt, wie sehr wir in der Welt wertgeschätzt werden. Gut möglich also, dass Bangladesch in Zukunft noch mehr Truppen entsenden wird, rekrutiert auch aus dem Rapid Action Battalion. Und bis heute hat die UN-Abteilung für Friedenseinsätze Bangladesch oder die Beteiligung von RAP noch nie öffentlich kritisiert. Nach Monaten der Recherche kommen wir zu dem Schluss, dass das der hohe Preis ist, den die UN offenbar zu zahlen bereit sind, um ihre Blauhelm-Missionen aufrechtzuerhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020